So, und jetzt sind wir im verlassenen Zoo, Mission Nummer 7 und mal gucken, was da auf uns zukommt. Genau. Eine riesige Statue. Ja. Oh mein Gott, es sind Statuen. Ich bin dein Bruder. Yeah. Ich habe das Spiel zwar nie gespielt, aber ich wurde ja ein bisschen aufgeklärt im Vorher. Also vorher. Die Farbhaber oder diese komplette Haltung, halt das Aussehen ist von dem Bruder. Der ist zwingend früher von Lukas. Wo ich mir aber leider der Name gerade steinfelt. Vielleicht spiele ich das auch irgendwann mal. Weil wenn du nämlich, würdest du halt direkt mit aufnehmen. Mal gucken. Ich habe ja gehört, dass die Maser-Reihe und generell Earthbound ziemlich gut sein soll. Dafür müsstest du aber jeden Teil gespielt haben, beziehungsweise gesehen haben, damit du den Zusammenhang auch verstehen tust. Ja, wenn, dann solltest du sowieso von Anfang an. Komplett komplizierte Reihe und du kriegst das auch nicht in Englisch. Hm. Auch nicht per Dubs. Das wäre es, die Dubs sind zum Teil fehlerhaft. Also ist komplett nur japanisch. Also du kannst es komplett spielen, nur halt ab einem gewissen Punkt musst du den Dubs aussetzen. Hm. Weil der abnöppelt einfach. Okay. Also ist das nicht komplett auf Englisch spielbar oder was? Musst du gucken. Also du kannst es komplett eigentlich auf Englisch spielen, nur ab einem gewissen Punkt musst du das Ding wieder, die alte ROM benutzen. Hm. Wie hat er das geschafft? Wie hat er das geschafft? Hallo Poki, ich möchte einen Ness haben. Du willst Ness? Okay. Nimm ich den Blondie. Den Lukas. Okay, man muss doch sagen, Ness war damals wesentlich stärker als Lukas. Ach, die waren beide im selben Teil? Nein. An sich von der Stärke. Du musst auch bedenken. Oh, pass auf. Oh. Lukas ist in dem Fall... Oh. Wie unfair. Ja, Lukas in dem Fall... Oh, verkackt. Ist in dem Fall, glaube ich, sogar ein Tücken jünger als Ness. Okay. Ness benutzt auch seine Fähigkeiten wesentlich geschickter als Lukas. Joa, bei dem ist das ja alles unausgreift, deswegen braucht er auch länger zum Ausfall. Ness entdeckt ja auch erst seine Fähigkeiten da so richtig. Muss man auch sagen. Oh, Powerbomb. Die würde jetzt übelst einen guten Damage machen. Komm, geh mal weg. Nein, Blindling nicht. Nein, Blindling nicht. Oh, pass auf. Ich wollte gerade Schild machen. Na komm, den kriege ich noch. Na, jetzt auf einmal geht das Ding hoch. Ah, und ein Smash. Ja. Tasten. Den Poki. Oh, ich lebe nur. Das Poki ist ziemlich feil, da muss man sagen. Oh, ich lebe nur. Oh, ich lebe nur. really. Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Da hat bestimmt Shiki Regentons gemacht. Ja, Shiki! Da brauch ich nicht großartig fragen, wen du willst. Ha ha ha, Shiki! Die Musik! Aber ich find's, was ich richtig episch gefunden hätte, wäre, wenn du in einer Farbe von Pokémon-Trainer mit der Shiki mir das Sonnendrille gehabt hättest. Das ist ja cool. Das wär so episch gewesen. Oh, zwei Hamburger. Shiki! Hupala! Das ist dein Sprünggesicht, nicht wo ich bin. Ja, ich hab eben gerade den Backsprung gemacht, sorry. Wollte ich nicht. Shiki! Ja, der Backsprung... Bevor welche Fragen, der Backsprung funktioniert so, indem man PK Thunder... Oh, Shiki, an der Wand. PK Fire im selben... Oh nein! Nein! Au! 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 Die Worned Fischer, ich hasst die! Oh, die Heinze, stimmt! Halt sie durch Shiki! Gott! Jetzt! Ihr müsst gleichzeitig springen und PK Fire drücken. Na gut, ich bin kein Lukas-Mainer, ich kann das nicht so gut, ich kann so ein bisschen... Schick, 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 schick! Mach ich ihm so! Ach! Ich krieg dich schon keinen! Komm noch einer! Und! Doch da! Moment! Komm her! Ich mach ihn! Schick, schick, schick! Ja! Ja! Ah, das macht gut Schaden! Bam! So! Out! Out! Hallo! Ja! Du krass! Nein Gott! So! Dann lass uns mal einfach ein Buch! Ich bin so relativ instant! Ja! Und wir haben noch ein Ding und das solltest du für dich sehr genetzen! Ja, komm! Du kannst dir auch einfach an die Stacheln werfen! So! Was macht eigentlich so? Ah, jetzt kommt Fluch! Diese Fluch-Dinger! Egal! Bam! Zack, 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 zack! Du musst halt nur draufsetzen, wenn ich sie dann angeschwächt hab! Hm! Obwohl! Ja, komm! Geht doch! Kaskaden-Attacker! Ja, komm! Ey, die macht gut schaden! Ey, die macht gut schaden! Ja, komm! Wecker! Ah! Mist, ich komm nicht dran! Weil, solange sich regenerieren, greift es nicht an! Stimmt! Uff! Also, ich könnte aber vorhin eine HP angreifen! Gut, dafür können sich auch extrem gut heilen! Hat alles Vor- und Nachteile! Das böse Schiki macht einfach Regen! Jetzt kommen die Kugeln da! Oder? Ah, ja! Die durch ihre Augen sich kregen! Die durch ihre Augen sich kregen! Die klonen! Äh, stimmt! Äh! Stimmt! Äh! So! So! Guck dich! Mist! Sie sind offensichtlich zu klonen! So! Ja, ja! Immer diese Klone! Eigentlich dürfte der Schiki nicht untergehen, als dass er... Oh! Wer weiß nicht! Wie Mario! Vielleicht kannst du ja gar keinen Surfer! Oh! 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 Wow! Kaskade ist echt krass hier! Ja, hier ist der Kombo schon höher gegen die Mario Gegner! Stimmt! Ähm! Du sollst kein Pick-or-Freeze machen! Oh! Die Musik! Ähm, Galactic Battle... Ne, nicht Galactic! Oder? Ich hab alles zum Bahn, das jetzt nur noch! Okay! Doch! Galactic! Doch! Ich glaub auch Galactic! Ich bin tot! In dem Spawn! Dafür konnte ich jetzt nichts! Also! Tögliche Kombination! Ich würde das wegwerfen! So! Beides zu auseinanderkissen! Außergefecht! Oh! Schade, dass die nicht so einen Effekt haben wie bei Kirby! Ach! Zugerschock Meister! Oh! Moment! Das mach ich mir einfacher! Eiscurvy! Und die Kleinen gehen kaputt! Hm! Toll ist jetzt der Heilung gewesen! Ich musste die ganze Sache alleine bestreiten! Mhm! Hast du mal einen Boom-Moment Pause! Wow! Pass auf! Das hatte ich schon ein paar Mal! Äh! Na komm! Oh! Das macht aber auch gut der Match! Ja wie gesagt, die Combo-Attacken machen am meisten! Stimmt! Eigentlich kann ich mich an solchen Gegnern, die Feuer schießen und sowas heilen! Ich anspawne euch mal! Ah! Genau! Hühnchen geht sterben! Oh Gott! Lecker Hühnchen! Ähm! Na gut! Die sehen nicht besonders lecker aus! Na aber die haben doch ein Eis gedroppt! Und was aus Süßkeit und was aussieht! Eis wiederum ist lecker! Oh! Erppe Eis! Erppe Eis! Ähm! Schmeiß ihn runter! Lalalala! Ich hab nichts getan! Juhu! Juhu! Wow! Zack! Okay! Schön durchgerusht! Ich glaub jetzt... ... Die alle mit ihren Gedanken übertragen! Ja, die haben sich jetzt gefunden, die zwei! Und wie der das Pokémon zurückgerufen hat, das kommt ja mal gar nicht in die Tüte! Aber okay! Lukas Neuzugang und Pokémon Trainer! Alles klar! Bis zum nächsten Part! Jo!